Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tages-Taro heute am 13. Oktober 2017 Königin der Stäbe Was vermittelt uns diese Taro-Energie? Wir sollen heute Selbstbewusstsein auftreten wie eine Königin und wir sollen auch verlangen, dass wir Anerkennung bekommen oder Respekt bekommen, also eine königliche Haltung. Bedeutet auch Begeisterung von etwas oder Leidenschaft. Es ist die Feuerelement, was hier im Ausdruck kommt, aber mit einer ruhigen, gelassenen Art und Weise. Was bedeutet noch diese Karte? Alles, was wir gerade vorhaben, können wir befestigen und es trägt auch Früchte. Diese Taro-Energie ist allgemein. Wo liegt Ihren Energiefeld gerade? In welcher Zeitqualität befinden Sie sich momentan? Da eine Klarheit zu bekommen oder einen Ausweg finden? Was soll der nächste Schritt sein? Oder welche Entscheidungen sollen Sie sich treffen? Da ein guter Rat ist natürlich Gold wert und dazu eignet sich ganz gut eine Blitzberatung. Es funktioniert schriftlich, Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation und können Sie Ihre Fragen stellen. Diese E-Mails beantworte ich persönlich, natürlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Und nicht vergessen, die Zeitqualität, im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Nummer 14-5-104-104- wird dannacy. Vielen Dank.